Schon etwas länger haben wir dieses Produkt im Programm. Das ist der Mesh Clay Towel, ein Reinigungstuch, ein Knettuch für die Tiefenreinigung vom Autolack. Und in diesem Video möchte ich euch mal erklären, weshalb man einen Autolack kneten sollte, was es für Anwendungsbereiche gibt für das Mesh Clay Towel und, ganz wichtig, wie kann man das Ganze optimieren. Wie wird man richtig schnell bei der Tiefenreinigung vom Autolack, damit man anschließend super fix polieren kann. Und wenn dich das interessiert, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich denke, viele von euch kennen das Thema, wenn man Autolack polieren will, dann sollte man den vorher sozusagen abkneten. Beim Abkneten geht es darum, dass ich die Verunreinigung, die ich nicht gelöst bekomme mit Mikrophase oder mit einer entsprechend scharfen Reinigung vor dem Polieren, dass ich den Rotfilm damit nochmal entferne. Jetzt gibt es die Lackknete von Petzold und so weiter. Link findet ihr unten in der Beschreibung, gibt es bei uns auch im Shop. Und jetzt haben wir aber neu der Mesh Clay Towel. Der Mesh Clay Towel hat halt eine wesentlich größere Oberfläche und die wird dann auch nicht zusammengeknetet, dieses Tuch dann wieder zu einem kleinen Puck, sondern hier so, ich verwende die ganze Zeit das Tuch. Wichtig dafür, damit das Ganze funktioniert, währenddem ich das Fahrzeug wasche, zum Beispiel ist eine Methode dafür, dass ich einen Eimer Wasser daneben liegen habe, weil dadurch, dass ich die Verschmutzung ja nicht wieder einknete, wie bei der Lackknete, ist es sinnvoll, das Tuch entsprechend oft zu reinigen. Und deshalb empfehle ich immer einen Eimer Wasser, so als Grundlage, wenn man das Ganze in Kombination mit der Shampoo-Wäsche oder im Anschluss an die Shampoo-Wäsche machen will. Jetzt haben wir ein bisschen experimentiert und haben eine echt coole Kombi rausgefunden. Und zwar gibt es ja von Detailing verliebt, beziehungsweise von Reflected, ja Reflected der Anbieter, beziehungsweise die Marke von Benedikt, das Primer Wash, ein alkalisches Shampoo, was ganz gut funktioniert für diesen Schmutz, also für den tief sitzenden Schmutz. Das Ganze kann man auftragen mit der MTM Hydro, dann hat man ein schönes Schaumbild und dann knedet man ein Bauteil nach dem anderen. Man kann das Tuch dabei in Viertel falten, sodass ich dann immer vier Flächen habe, wo ich das Tuch dann wieder reinige in dem Eimer Wasser. Oder ich verwende das Tuch im Ganzen, dann mache ich es halt ein bisschen öfter. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben anschließend die Stellen dann poliert und die Polierpads waren sauber, weil darum geht es ja auch, dass man diese Verschmutzung loswird, bevor man poliert, damit ich den Schmutz nicht im Polierpad habe. Also wie gesagt, das ist jetzt die schnelle Methode im Rahmen der Wäsche. Funktioniert sicherlich auch mit anderen Reinigern, aber hier mit dem Primer Wash funktioniert es hervorragend. Deshalb ist es auch eine Empfehlung von mir, diese Kombination, The Mesh Clay Towel, unser neues Knettuch und dieses Primer Wash vom Benedikt. Könnt ihr euch ja mal anschauen bei uns im Shop. So, jetzt gibt es was ganz Tolles. Ihr könnt Mesh Clay Towels umsonst bekommen. Und zwar gebt ihr bei uns einfach im Gutschein ein Mesh Clay. Dann könnt ihr das Produkt auswählen. Dann könnt ihr bei eurem Einkauf praktisch drei Leute, also für drei Mal ist das freigeschaltet, kriegen das Mesh Clay Towel von uns umsonst. Und das ist wirklich von der Verarbeitung und so weiter sehr, sehr hochwertig. Wir kriegen da ganz, ganz gutes Feedback zu dem Produkt. Und es funktioniert auch super schnell, wenn man diese Methode verwendet. Andere Methode wäre dann zum Beispiel mit Optimum No Rinse oder mit dem P&S Absolut. Die klassische Methode, das heißt, ich habe das Auto komplett gewaschen, fahre dann in die Halle und dann verwende ich eine Clay Loop, das heißt eine fertige Mischung oder jetzt in dem Fall angemischt mit Optimum No Rinse und kann damit dann abkneten. Auch in dem Fall ist es sinnvoll, das Tuch öfter auszuwaschen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass das ja so eine Mesh Struktur ist, funktioniert das auch schneller als mit der Knete. Ich finde es auch ein bisschen sicherer, weil das Tuch gleitet mir nicht so schnell aus der Hand wie diese klassische Lackknete. Das soll es auch schon gewesen sein. Vergesst bitte, bitte, bitte das Abo nicht. Dann kriegt ihr alle Infos. Wir haben jetzt demnächst viele Sachen, wo es was zu gewinnen gibt. Jetzt fangen wir an mit dem Mesh ClayTowl. Und ja, hinterlasst ein Like und hinterlasst ein Kommentar. Das hilft so ein bisschen. Dann kommen wir ein bisschen näher und knacken dann bald die 2000er Marke und dann gibt es eine dicke, fette Party auf YouTube hier bei uns. Macht's gut. Ciao. So, heute haben wir mal ein kleines Backstage. Das heißt, das eigentliche Video ist zu Ende, aber mir sind auch so zwei, drei Sachen eingefallen. Und zwar zum Mesh ClayTowl. Wenn ihr das Ganze verwendet habt und möchtet es jetzt wieder in die Packung reintun beziehungsweise generell lagern, dann ist es auch ganz sinnvoll, das einfach hier wieder in der Mitte zusammenzurollen. Denn dann ist diese Knetseite im Grunde genommen so aufgerollt, dass sie nicht miteinander verkleben kann. Also diese Clay-Seite kann dann, selbst wenn man das jetzt mal im Auto hat, uns ist etwas wärmer, dann auch stehen lassen. Generell ist es so, beim Kneten solltet ihr im Anschluss das Fahrzeug dann auch polieren. Grundsätzliche Empfehlung. Es gibt jetzt eine Ausnahme, und zwar bevor ihr Mückenreste entfernt oder tiefsitzende Verunreinigungen entfernt mit einem zu starken, also jetzt nicht aus der Küche, den grünen bitte nicht verwenden, dann ist es natürlich auch sinnvoller, wenn ihr das Ganze mit einem Gnet-Tuch macht an der Waschbox. Und deshalb ist das Mesh ClayTowl auch interessant für die Reinigung, die etwas intensivere Reinigung, auch wenn ich anschließend nicht poliere. Aber prinzipiell ist es ein Vorgang, diese Tiefenreinigung vom Autolack, die man macht, bevor man poliert und dann das Polieren halt viel, viel einfacher und sicherer von der Hand geht. Schlimm wäre ja, wenn sich so ein kleiner Mückenpanzer da so im Polierpid verfestigt und dann ruiniere ich damit mein Polierbild. Deshalb machen wir diese Tiefenreinigung und da gibt es auch zum Thema Knete jetzt, wie gesagt, die Neuheit mit dem Mesh ClayTowl, aber prinzipiell gibt es zu diesem Thema keine Alternative. Also das heißt, es gibt keine Chemie, die diese Verunreinigung so runternimmt, dass ich mir dieses Kneten ersparen kann. Das ist zumindest meine Meinung. Schreib deine Meinung gern unten in die Kommentare. So, das soll es gewesen sein. Jetzt auch mit dem Backstage-Sende. Vergesst die Teilnahme nicht. Also einfach unten reinschreiben. Mesh Clay beim Rutschein. Und wenn da noch welche verfügbar sind, könnt ihr die in den Warenkorb packen. Ciao.